Oh, meine Hüfte! Partyborn ist bei Luna Park. Vom 20. bis zum 28.04. wird Luna Park hier in Paderborn sein. Es gibt hier für kleine bis große alles dabei und wir haben einen vollen Programm, den wir euch jetzt zeigen. Partyborn und Luna Park verlosen fünf Bummelpässe und was ihr dafür tun solltet, liest ihr in der Caption. Luna Park bietet viele Highlights. Ein Highlight ist zum Beispiel der Clown. Den Clown findet ihr Montag, Dienstag und Donnerstag. Also mir ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Aber was essen können wir jetzt, oder? Hier auf Luna Park findet ihr auch die altbekannten Liböri-Stände. Und für die Kleinen haben wir auch was dabei. Wir gehen weiter mit den Highlights. Am Freitag finden wir die ganz großen Superhelden für die Kleinen. Und am Abend haben wir ein Feuerwerk. Wenn du doppelt so viel genießen möchtest, dann kommst du am besten am Mittwoch. Denn dann haben wir eine Happy Hour von 14 bis 18 Uhr. Wir machen noch eine letzte Runde und genießen den Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! ventええ anges ее told